Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario und in diesem Part gehen wir nach Merlon zu Merlon schnell richtig auszusprechen das können kleine Kinder zugucken weiß ich nicht naja also jetzt äh wie im letzten Part ja im letzten Part wie ja erfahren haben müssen wir einmal hier in diesem rotierenden Haus dreimal die Stadtweiter einsetzen 1 2 3 der Wind heave on der ist, ne der schnell wechselt, der ist geiler on äh genau, Brief, Brief, Brief abgeben voll weggeglitsch die Stadtweiter hier die Stadtweiter hier ist das der für mich war? nein, ich bin hier, ja ok genau da da haben wir auch hier Oh mein Kupahai. Denn, ja. Ach, das sind mit den ganzen Briefen hier und so. Das machen wir kurz vor Finale spielen. Das dauert auch noch lange. Wir haben noch eine Menge, 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 Menge. Zwei Jahre später Menge, 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 Briefe erhalten. Jetzt gehen wir einmal in den Westen. Da waren wir noch nie. Mario! Mario, Mario, schuldig zu sehen. Ich bin's fern. Wir haben herausgefunden, dass du bei Blubber bist. Dass du... Ja. Du siegst hast. Und jetzt musst du in die Scheigei-Welt. Das Level, das, äh, das krieg ich da unten in Hessen. Ja, sch... Ja, du dober... Man, du bist Kind. Fiech. Ja. Wenn wir hier lang gehen, geht's zum Kapitel. Aber, genau, wir gehen mal hier lang. Wir gucken uns hier mal um. Das ist der Hafen. Oder nee, wir gucken uns den Hafen irgendwann mal an. Nach dem vierten Kapitel. Wir müssen mir da sowieso lang. Geil, so... Jetzt... Hä? Was möchtest du... Hä? Oh nein, das ist Mario. Bleib, bleib. Komm, ich schuld leer. Ach, egal. Versteck mich mal. Mal gucken, was denn passiert. Was zur Hölle? Ja. Ich gehe hier auch lang. Ah. Sieht aus wie eine Spielzeugkiste. Eine Spielzeugkiste, was da... ...durbel drin ist. Das sehen wir. Wie viele Minuten... Nö. Das machen wir noch nicht in diesem Part. Ich war kurzer vor, in diesem Part schon... ...dahin ins vierte Kapitel zu gehen, aber... ...durch habe ich keinen Bock. Ja, wo hier war eine Sternspitterplatte? Ja, neuer... ...die... Genau, wir sagen wir jetzt noch ein paar Sternspitter. Nicht hier irgendwo, oder? Keine Ahnung. Wenn wir im vierten Kapitel sind und ein bestimmtes Item einsacken, den Rechner von diesem Typ, dann kriegen wir einen Orden, der ist richtig geil. Da kann man dieses Sternspitter aufsuchen. Aber einen weiß ich, wo einer ist. Hier ist keiner, oder? Nö. An Sternspiteln, Pendeln gibt es auch einer. Genau, hier ist einer. Muss einfach nur so einen Stammattack einsetzen. Denn, ja... Sternspitter, ausgezeichnet. Wir haben jetzt 18, oder? Ne, 22, alter. Genau, das zeige ich euch jetzt auch mal. Könnte es... Sehe genau, das ist die Weltkarte. Tottenhaun. Kanäle von Tottenhaun. Wanderpfad. Fest in der Kuba-Grüder. Dann sind wir hier lang in Zug gefahren. Klim... Klippenbär. Dann sind wir nach Staubstocken in der Wüste gegangen. Dann sind wir in den Staubtrockenen vorpfosten, vollpfosten, sticht drauf, staubtrockenen Ruide. Dann sind wir in dem Lande immer weit gewesen. Dann waren wir hier im Bußvilla. Bis hier hat die Windige Mühle, die Windige Schlucht und Toba-Blubbers Schloss. Und wir waren schon in Kupaheim, Sternschnuppengipfel, Pilzpalast, auf der Gumba-Straße, in Gumba-Fort. Und da werden wir noch überall hinkommen. Eigentlich wollte ich das jetzt noch nicht zeigen, aber... Naja. Also ich zeige euch das jetzt einfach, dass es einfach nur Eisland... Nein, Eiskapitel kommt ja noch. Aber welches zuerst kommt und so, das hätte ich euch jetzt noch nicht sagen. Kommt hier auf ein... Wie heißt das Feld? Hier im Hafen haben wir schon... Ja, das ist aber eigentlich ganz schön cool, dass... äh, das Spiel... Die Sterne haben ja schon, wir müssen noch... vier Stück sammeln, also noch vier Kapitel. Okay, in Anführungszeichen fünf... Okay. No. Du bist da, Mama und Professor und... Wie lange nehmen wir auf sieben Minuten? Achso, da ist noch ein Typ. Fuck. So, jetzt kann man auch jetzt hin. Und wer gespawnt? Cool. Äh, wie viele haben wir jetzt? Gut. Im nächsten Part gehen wir eben halt ins nächste Kapitel. Ich wollte eigentlich jetzt schon, aber... Ich hab keine Lust mehr. So. Bäm. Bäm. Hier ist aber doch Eider. Das weiß ich. Bei den Kiddies. Oh, der ist nicht. Ich weiß jetzt echt, genau. Wir gehen einmal kurz zum Sternspiel auf den Gipfel. Genau, da gibt es, glaube ich, auch noch einen Sternspiel da. Oder... Ich hab' ein... Ich hab' ein... ...21, okay. 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 Genau, wir gehen erst mal schlafen. Töten. 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 Ausrufen. Töten. 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 hier war einer oder ne Quatsch auf der anderen Schneide und hier sind Schnellschnuppen da hier gibt es einen hier war noch einer oder ja ich jetzt ein Haus falls ihr das wusstet noch nicht wusstet hier, jetzt wisst ihr das Samia einer noch, einen Räumen noch ich brauche 25, den kann ich auch mehr sehr sehr dice, geil in Ordnung holen da gibt es einen oben war ich hier schon? ja da war ich schon ah geil und 25 die kann man jetzt eintauschen aber machen wir das im nächsten Tag ja oder? doch hä? dann geht man zu diesem Baby da und jetzt kann man tauschen Soundfx A, Zeitakt, Lele, Projektor, Herzlein und so weiter und so eigentlich wollte ich hier mal den Kraft plus on nehmen, aber jetzt ist mir eingefallen, warum? das macht mir das Spiel zu einfach das macht mir das Spiel zu einfach und den Kuckuck on und noch eins und noch eins für Projektor und einmal den und im nächsten paar treffen wir uns vor den vor der Spielzeit also bis zum nächsten Part let's play Paper Mario, ciao ciao